Allein, Brennan. Ich weiß. Ganz einsam und allein. Ja. Wo willst du hin, Brennan? Das brauche ich. Brennan, nein! Was hast du getan? Oh Gott, Nancy, ich konnte es nicht ertragen, ihn so zu sehen. Mir fehlt mein Sohn. Also gut. Lass mich ein paar Takte singen. Ja. Komm weich rein und gib da ein Vollgas. Ist gut. Hey, Brennan. Ja? Danke, dass du gekommen bist. Alles klar, Drache. Okay. Wir spielen jetzt was anderes. Von meinem Bruder hat's Brennan. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020